So, jetzt fahr mal die wilde Hilde. Oh, ich ahne fürchterliches. Ich glaube, ich muss mich festhalten. Oh, das wird cool. Ja, mal gucken, wie oft ich das hier heute mache. Alter! Und... Alter, schlägt das! Oh, das geht voll auf den Nacken! Boah! Ha, 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 ha! Na ja, Begeisterung sieht anders aus, weil das Ding hinten einem schon vom Kopf reinschlägt. Na ja, aber gut. Jetzt gibt es noch eine letzte.